Mein Name ist Marie-Louise Stockinger. Das Kinderhospiznetz bietet einen Raum für Erleichterung, Entlastung und Lachen. Leichte Momente zu finden in einem beschwerten Leben. Und nicht nur für das betroffene Kind, sondern auch für seine Geschwister und seine Familie. Die Arbeit, die das Kinderhospiznetz leistet, ist für mich ein Inbegriff von Miteinander und Empathie. Hier zählt das jetzt.